Vor 2000 Jahren verließ Jesus Christus, der Sohn Gottes, das himmlische Reich und kam in unsere Welt. Eine Welt voll Egoismus, Bosheit und Krieg. Der allmächtige Gott beschloss, ein Mensch zu werden. Der, dem das ganze Universum untersteht, wurde ein verletzliches Kind. Der, dem alle Reichtümer dieser Welt gehören, wurde in einem einfachen Stall geboren. Der, der die pure Liebe ist, wurde Mensch und durchlebte Schmerzen, Kälte und Verletzungen. Aber die Menschen waren nicht bereit, so einen Gott aufzunehmen und lehnten ihn ab. Die Schöpfung kreuzigte den Schöpfer. Doch wieso hat er sich dazu entschieden, diesen Preis zu bezahlen? Weil die Liebe genau so handelt. Sie stellt den Liebenden an die erste Stelle. Für Jesus war unser Leben wichtiger als sein eigenes. Unsere Ängste, Schmerzen und Verletzungen waren ihm nicht egal. Mit seinem Tod hat er für unsere Sünden bezahlt. Und seine Auferstehung öffnet uns die Tür für wahre Liebe und ewiges Leben. Das Weihnachtsfest ist genau deshalb eine Erinnerung daran, wie wertvoll du für Gott bist. Und genauso wie vor 2000 Jahren will er dir Liebe, Freude und Frieden geben. Jesus kam auf die Erde, um dir näher zu kommen. Bist du bereit, ihn kennenzulernen?